hallo und herzlich willkommen zu einem neuen lernvideo in dem heutigen video geht es um die filter letztes mal hatten wir ja die werkzeuge kennengelernt die werden wir auch teilweise wieder benutzen und die werkzeuge sorgen ja dafür dass ein bestimmter teil des bildes bearbeitet werden kann ich mache vielleicht hier noch mal ein beispiel mit dem abwedeln nachbelichten ich könnte das jetzt hier also alles ein bisschen dunkler machen zum beispiel und das würde nur einzelne teile des bildes betreffen ok jetzt will ich aber vielleicht das ganze bild ändern oder die eigenschaften des ganzen bildes und dafür brauchen wir die filter die filter finden wir oben in der werkzeugleiste hier sind alle filter angegeben da kann man sich einfach mal durchschauen man kann aber auch ein rechtsklick machen und dann sieht man auch verschiedene filter hier unter filter und dann kommt man auch zu den einzelnen menüs ich will mal vielleicht paar beispiele geben für filter und dann zwei speziell zeigen als erstes bleiben wir mal bei der seerose und ich zeige einfach mal die einzelnen filter und wir fangen mal an mit dem weichzeichnen filter den finden wir ganz oben hier gibt es ganz viele verschiedene ich nehme mal den fokus weichzeichner und was macht der fokus weichzeichner das seht ihr jetzt hier schon hier kann ich natürlich ganz viel einstellen einfach mal ausprobieren aber ihr seht dass sozusagen der fokus punkt ja also diese seerose scharf gezeichnet wird und dann wird es immer unschärfer und außen ist es ganz unscharf das meisten effekt den man haben will hier ist natürlich ein bisschen zu ich sage mal ein bisschen zu klein da würde ich hier noch ein bisschen dran ziehen sozusagen und das ganze noch ein bisschen vergrößern das vielleicht ein bisschen mehr noch von der seerose zu sehen ist ja also noch ein bisschen mehr scharf ist so vielleicht dann muss man ein bisschen um probieren bis es geht und jetzt habe ich hier nicht alles gleich sofort unscharf sondern ein bisschen mehr variiert und dann könnte ich auf ok drücken und dann wird mir diesen filter anwenden und wenn ich hier auf abbrechen gehe dann wird das bild einfach wieder zurückgesetzt also das ist die erste form von dem filter das ist der weichzeichner dann würde ich mal was weiteres zeigen es gibt ganz viele verschiedene ich kann gar nicht alle zeigen am besten ist es einfach mal selber ausprobieren ist auch sehr lustig vor allem bei den künstlerischen filtern einfach mal selber ausprobieren das ist ja wirklich die einfachste art das zu lernen ich zeige es einfach noch ein der gibt es einen lupen effekt der ist auch ganz nett hier da wird alles ein bisschen größer gemacht alles ein bisschen verzerrt der ist auch ganz witzig einfach mal rumprobieren da kann man auch natürlich viel einstellen und dann habe ich noch vignette das wird auch sehr oft benutzt das ist bei licht und schatten also hier weichzeichnen ist alles sozusagen weicher machen das hatten wir schon als werkzeug als filter gibt es das auch verzerren ist glaube ich auch selbsterklärend dass man das sozusagen transformiert ist wie das transformieren werkzeug plus für das ganze bild licht und schatten betrifft eben also die helligkeit des bildes und da haben wir zum beispiel vignette vielleicht kennt das schon jemand von alten bildern dann wird das nämlich sozusagen außen jetzt nicht weich gezeichnet sondern abgedunkelt und das ist auch manchmal ein schöner effekt hier kann man sozusagen auch erreichen dass der fokus mehr in der mitte liegt also man kann es eben weich zeichnen oder man kann eine vignette drum machen oder vielleicht sogar beides und dann hat man hier auch so einen schönen vignetten effekt nennt man das wenn es außen dunkel ist und innen eben die helligkeit okay gut dann komme ich mal ach so künstlerisch natürlich noch zeigen ganz klar also das natürlich die witzigsten die müsste wirklich alle mal ausprobieren ich habe jetzt hier mal ich nehme einfach mal einen raus hier haben wir kubismus das ist eine stilform ja und ihr seht schon hier das wird sehr künstlerisch bearbeitet und sieht sehr sehr witzig aus es gibt auch noch comic und ganz viele andere also einfach mal selber ausprobieren also das macht sehr viel spaß gut dann gibt es auch ganz praktische filter da will ich mal einen zeigen und zwar ist das der rote augen ja rote augen sieht man manchmal wenn man blitzt ohne vorblitzt dann kommen manchmal so zu roten augen und die kann man aber sozusagen entfernen und das geht mit verbessern ist das natürlich eine art von verbesserung gibt es auch viele andere sachen zum beispiel das rauschen entfernen wenn man so dunkle lichtverhältnisse hat aber wir entfernen mal die roten augen und hier seht ihr schon okay die roten augen werden entfernt der filter geht auf das rote allerdings sehen wir jetzt hier auch bei den lippen beziehungsweise um die augen drumherum dass es auch zu schwarz wird das sieht ein bisschen gothic mäßig aus das wollen natürlich nicht vielleicht ist so ganz gut ja so ist vielleicht ganz gut das könnte man sozusagen machen und hätte man die roten augen es ist noch nicht perfekt vielleicht muss man hier noch ein bisschen mit dem pinsel nacharbeiten beziehungsweise hier noch mal bei den modus bei den modi probieren dass man den richtigen findet aber prinzipiell kann man hier also auch die roten augen entfernen das ist also eine form vom filtern dass man das foto verbessert zum beispiel mit dem roten augen effekt und jetzt will ich zwei weitere filter noch zeigen einmal entsättigen und die gradations kurve das entsättigen finden wir jetzt unter bild kurz schauen und zwar ist er zu finden bei farben genau bei entsättigen also steht nicht direkt unter filter sondern ist als eigener filter sozusagen oder oder eigener punkt und dann im menü farben ist aber im prinzip auch ein filter und da gibt es entsättigen entsättigen heißt die farben wegnehmen warum mache ich das bei dem bild ja ihr habt ihr gerade gesehen das bild ist jetzt ich will das vielleicht ganz gruselig machen das bild hier mit dieser gruseligen figur hat jemand ausgeschnitten hat selber mal mitgespielt beim theaterprojekt und will jetzt sozusagen jetzt in den gruseligen wald setzen der wald ist natürlich aber jetzt viel zu fröhlich und viel zu farbig deswegen müssen wir den ersten mal entsättigen indem wir hier also auf entsättigen gehen und also entsättigen und dann noch mal entsättigen und da gibt es verschiedene modi untersuche ich mir den sozusagen den gruseligsten aus darum geht es jetzt erstmal wir könnten jetzt hier noch luma nehmen man könnte helligkeit nehmen ja das ist schon ziemlich dunkel aus die figur ist ein bisschen zu hell die muss ich dann noch ein bisschen dunkler machen das weiß ich aber wie es geht mit dem werkzeug und das könnte ich schon mal nehmen ja das also prinzipiell erstmal schon mal gruseliger mit der figur jetzt würde ich aber das ganze insgesamt noch ein bisschen dunkler machen und da lohnt es sich die gradations kurve sich mal anzuschauen ich mache das mal mit dem rechtsklick damit man das auch mal sehen und da gibt es auch bei farben nicht nur das entsättigen was wir hier unten finden moment ist mir ganz kurz schauen gibt es also gibt es sehr viele einträge müssen immer ein bisschen schauen also sättigung könnte man hier auch noch bearbeiten was ich aber machen will ist kurven und diese kurve das ist die sogenannte gradations kurve die gradations kurve sagt sozusagen hier die dunklen farben die dunklen bereiche die sind ja weiter unten seht ihr ja hier das schwarz und dann wird es immer heller und hier seht ihr den anteil wie stark das ist und den verlauf ja erst mal den verlauf also es sind sind schon relativ dunkle töne die sind hier so fast komplett schwarze töne sind ja sehr viel vorhanden dann nimmt das ab nimmt es ab und helle töne sind wenig vorhanden gibt es natürlich auch paar und jetzt kann ich hier an der kurve ziehen und dann hier zum beispiel die dunklen töne aufhellen ich kann sie aber natürlich auch abdunkeln bzw die hellen töne er kann ich auch aufhellen oder abdunkeln und jetzt kann ich natürlich schauen dass es möglichst gruselig aussieht vielleicht ist es ist es gar nicht schlecht wenn man die hellen töne ein bisschen bisschen heller macht aber dafür das andere sehr schön viel dunkler also das ist wie das bisschen geschmackssache was man da jetzt als gruselig empfindet vielleicht ist es schon so viel ich weiß es nicht aber das ist schon mal sehr gruselig aus vielleicht immer die hellen töne doch noch ein bisschen nach unten und dann wird das schon relativ gruseliger bald hier muss ein bisschen aufpassen damit es nicht zu dunkel wird also da könnte natürlich ein bisschen rumprobieren vielleicht kriegt sie es auch noch gruseliger hin ich werde die datei diese beispiel datei auch mal in die ablage legen da könnte auch ein bisschen rumprobieren ok und jetzt ist die figur noch ein bisschen zu hell die würde ich jetzt auch noch ein bisschen abdunkeln aber das wisst ihr wie es geht das ist mit abwedeln bzw nachbelichten nachbelichten macht das ganze dunkler und jetzt könnte ich hier einstellen wie ihr seht es gibt ja viele optionen das wisst ihr ja schon wir können jetzt hier die schatten wie ihr unten seht die schatten verändern wir können die mitten verändern oder glanzlich dass also die hellen töne mitten ist klar schatten sind die dunklen töne ich will jetzt eigentlich sozusagen hier die die glanz lichter abdunkeln das helle ist mir sozusagen zu hell und dann könnte ich das jetzt hier machen und dann ist die das bild insgesamt ziemlich gruselig so jetzt haben wir schon eine gruselige figur die könnte man jetzt noch anders montieren und so weiter und so weiter da ist der kreativität kein sein keine grenzen gesetzt und jetzt haben wir schon ein relativ gruseliges bild verrichtet das sogar noch gruseliger wie gesagt ich lege sie in die dateiablage ihr könnt aber auch gerne noch eigene werke schaffen ja also gerne mal was anderes gruseliges machen ich denke da bekommt ihr hin und dann in der präsenzphase werden wir weiter an unserem projekt arbeiten also ihr könnt gerne schon ein projekt anfangen das am besten so speichern dass man in der schule darauf zugriff hat also entweder in der cloud speichern dass wir zugriff haben oder auf dem stick auf dem computer stick usb-stick gut das war's von mir für heute und ich sage tschüss bis zum nächsten mal